Also der Spielmanns zu Spatzenhausen bedankt sich bei der Dörerbuhm und bei der geführtsschützenden Kompanie beim Trommlerzug für die Nominierung. Freut uns, dass ihr uns auswählt habt. Und wir dürfen natürlich auch wieder drei weitere auswählen, die wir auch nicht wollten vielleicht. Wir haben einen Trommlerzug von Groß und Klarweil, einen Trommlerzug von Antorff und einen Trommlerzug von Sehering. Und die anderen, die aber nicht gefühlt sind, kriegen wir vielleicht den Brotsel in Reuterbach rausnehmen. Also, dankeschön. So, dann geht's. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ich habe jetzt 72 Stunden Zeit und wenn Sie es in dieser Zeit nicht schafft, dann würden wir uns freuen über schneidige Brotzeit. Dankeschön. Fürat euch.